In unserer Sendung Mikrofonprobe live singt heute Brigitte Lindner. Sie wird begleitet von Mira Theofilova. Hören Sie nun noch vier Lieder, Opus 48, von Josef Haas auf Gedichte von Cäsar Fleischlin. Graue Tage, Schlafmüde Seele, Ich möchte still am Wege stehen und Regenwetterlied. Es ist mitunter, als wären alle Fäden abgeschnitten. Als wäre alles, alles um dich hier weit ab und leer ein toter Raum. Und du dir selbst ein fremder Traum. Alles um dich hier weit ab und leer, alles um dich hier weit ab und leer. Und du führst alles langsam auf, langsam auf. Musik 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 Schlafmüde Seele, Musik 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 Ich will, schlau und vergesst. Musik 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 Musik